Kikers! 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 Ja, also, verdient er 2 zu 90. Ich habe damit gerechnet, dass wir so 1 zu 0 gewinnen, aber das 2 zu 0 war natürlich Bombe. Das ist ein wunderbares Ergebnis für das Rückspiel. Kikers! Sie waren in der zweiten Halbzeit klar besser, die Duisburger. Die Kikers haben ganz wenig gebracht und daher muss man mal ganz klar sagen, das ist noch nicht entschieden. Rechnen Sie damit, dass die Kikers in Duisburg auch weiterkommen? Ich drücke die Daumen. Das muss man realistisch bleiben. Das wird ein schweres Spiel in Duisburg. Glauben Sie mir das? Wie sind die Chancen in Duisburg für die Kikers? Die sind ausgezeichnet. Wir schießen noch ein Auswärtstor und dann muss Duisburg vier Stück schießen. Das schaffen sie im Leben nicht. Aufstieg!